Prankvideos sind immer noch cool auf YouTube, oder? HALZ MAUL! Hey, pscht pscht, Anthony schläft gerade, also werden wir ihn pranken. Oh mein Gott, er schläft immer noch. Sollen wir ihn weiter pranken? Pscht pscht pscht. Was für ein Idiot. Das wird lustig. Pscht pscht pscht. Prankent. Es scheint, als seien sie viel zu überqualifiziert für diesen Job. Nein, Sir, es wäre mir eine Ehre, in einen Technikers Support Job einzusteigen. Oh, das ist klasse! Sie sind eingestellt. Er hat gerade einen Vollzeitjob eingenommen. Was für ein Dummkopf. Ich werde sie gleich rüberfaxen. Pscht 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 pscht. Äh. Du. Oh, Anthony, ja natürlich will ich dich heiraten Er hat der Liebe seines Lebens einen Antrag gemacht, was für ein Idiot Er hat mit seiner Frau gerade Zwillinge bekommen, was für ein Idiot, zwei dumme Babys Ich habe dabei geholfen sie zu machen Aber wann wirst du zu Hause sein, Anthony? Ich weiß es nicht Aber du hast zwei kleine Jungs, die dich gerne sehen möchten Ich mag es ja nicht die Kinder damit reinzuziehen, du weißt ganz genau, dass ich sie mehr liebe als du Du bist ihr Vater und ich möchte nur wissen, wann du wieder zu Hause sein wirst Ich weiß es nicht, Jenny, ich bin jetzt der Eigentümer der Firma, okay? Anthony stand ganz oben auf der Karriereleiter Also ist das letzte, was er tun muss, seine Firma zu verkaufen Bei allen anderen Sachen würde er sich leer fühlen Nun, jetzt sucht er nach einem Sinn in seinem Leben, um der Verpflichtung, die er seiner Familie gegenüber hat Von der er sich sowieso vernachlässig fühlt, zu vermeiden Also habe ich ihn für den Krieg gemeldet Er wird so angepisst sein Pass auf! Sniper! Sniper! Runter! Runter! Hat das Leben eines Mannes gerettet? Was für ein Idiot! Und es ist mir eine Ehre, dieses Purple Heart Major General Anthony Padilla zu überreichen Vielen Dank für Ihre Tapferkeit und Ihre Hingabe für unser Land In der Waffe! Jemand muss den Präsidenten schützen! Oh, verdammt, er wurde angeschossen! Und es ist mir eine Ehre, ein zweites Purple Heart zu überreichen An den heldenhaften Veteran Anthony Padilla Nicht nur dafür, dass er mein Leben gerettet hat Sondern auch das Leben unseres Landes Er ist ein Held für sein Land! Was für ein Idiot! Du hast keine Zeit mehr für mich Du bist zu beschäftigt damit, ein Held zu sein Und dann diese Frauen, die sich dir in den Hals werfen Und ich kann da, ich kann da nicht mithalten Du bist besser ohne mich dran Auf Wiedersehen, Anthony Nein Seine Frau hat ihn verlassen? Was für ein Loser! Haha! Oh, schschschschschschschschsch! Das ist so lustig, das müsst ihr einfach sehen! Er hat alles verloren, was ihm wichtig war! Seine Frau hat ihn verlassen, seine Erwachsene Kinder wollen nicht mehr mit ihm reden! Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er inkontinent ist! So lustig! Ich weiß, ich war nicht der beste Vater Aber ich hoffe, eines Tages könnt ihr mir alle verzeihen Das tun wir Wir vergeben dir, Dad Ich liebe euch für immer! Wir lieben dich auch, Dad Aber Es gibt noch eine weitere Sache Ihr wurdet alle geprankt! Oh mein Gott, Leute! Die Kamera ist gleich dort! Ihr wurdet alle geprankt! Oh mein Gott, Anthony, Anthony, warum? Du wurdest geprankt! Was? Warum bist du so alt? Weil 50 Jahre vergangen sind, du Idiot! Weißt du, die ganze Sache hier ist ein Prank! Dein ganzes Leben ist ein Prank! Vor all meine Pläne Vorbei, vergiss die einfach! Vor all meine Träume Schmeiß die Eile aus dem Fenster, Alter! Ich weiß, das ist so ein Brüll, nicht wahr? Ist das nicht das Witzigste überhaupt? Was ist denn da passiert? Was für ein Schwachgau! Wir haben einen wirklich! Ich weiß, das ist ein guter Prank! Was? Du bist so alt! Was ist denn da ist wenn ich an der Fäch? Best Prank ever! 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 Hey, Mann, nicht so ungut, okay? Okay, dann mucke eben rum. Bis später, Mann. Yo, Leute, DragonDub hier. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt, dann klickt auf das Link gefällt. Und für das letzte Video auf meinem Kanal, klickt auf das rechte Feld. In der Mitte seht ihr die Castliste und unten rechts alle Social Media Sachen. Oh ja, und nicht vergessen, abonnieren. Ciao. Ciao.